Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Build Askaban mit mir, dem Taggielp und natürlich mit dem Bauteam von letzter Folge, nämlich bestehend aus Hackfresse Ahoy, aus kleines Lieschen, ich nenne sie einfach nur noch Lieschen, Leute, weil dieses kleines verwirrt mich, äh, Pupi und Oliver natürlich. Und ja, heute ergeben wir eine unglaublich coole Fünfergruppe, die vor der Folge hier schon ordentlich am Strugglen war, weil, naja, wir haben ja letzte Folge am Ende schon so ein bisschen gesehen, dass es ein paar technische Probleme beim Winkel gibt und ihr seht im Hintergrund, dort befindet sich gelbe und rote Wolle und deswegen auch nochmal Dankeschön an Carmen, die ganz kurzfristig hier vorbeigekommen ist, um nochmal zu gucken, ob alles richtig ist. Ich habe es nach ungefähr 15 Minuten endlich verstanden und auch die Leute hier im Team haben es soweit verstanden, weshalb wir jetzt erstmal diese Aufgabe korrigieren werden. Ähm, ich schreibe schon mal Go und werde euch dann, während wir das Ganze korrigieren, ähm, ja, erklären, was genau falsch gebaut wurde. Es ist nämlich so, dass, äh, diese gelben, äh, ja, Wolleblöcke, die richtigen, also den richtigen Winkel andeuten. Die, ähm, ja, die, 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 also wenn, wenn die nicht da wären, wäre es halt falsch. Dann wäre es der falsche Winkel. Und, äh, die gelben Blöcke und auch hier der rote ergänzen quasi den Winkel einmal auf die richtige Art und Weise. Und, ja, da haben wir etwas länger jetzt dran rumgewurschtelt und es war auch eine relativ schwierige Geburt. Aber zum Glück haben wir es im Endeffekt doch noch geschafft und da bin ich echt glücklich drüber. Weil, Leute, ich hab auch schon vorhin zu den anderen gesagt, ich mach 10 Kreuze, wenn ich keine Winkel mehr bauen muss. Und, äh, ja, Carmen meinte da, ja, dann muss Azkaban fertig gebaut werden und das stimmt ja auch irgendwo, weil, naja, Azkaban ist halt nun mal ein reiner Winkel, mehr oder weniger. Aber, äh, ja, wir kriegen das schon irgendwie gebacken, Leute. Ich bin da relativ zuversichtlich und, äh, schauen wir einfach mal. Der Struggle, der sich nur gerade, äh, mir eröffnet hat, war der oder ist der, dass wir kaum noch Koppel haben. Ihr seht es, ich hab nur noch 45 und halt Azkaban-Steine. Aber ich übernehme jetzt einfach mal die... Ach, nee, das macht drüben schon jemand. Ja, dann würde ich sagen, dann, äh, ja, Mäuerchen hab ich noch dabei. Dann machen wir es einfach mal so, dass ich die Mäuerchen übernehme. Und, ja, das sollte ja eigentlich auch ganz gut sein. Wir werden übrigens nicht die ganze Folge nur an dieser Korrekturaufgabe arbeiten, sondern selbstverständlich auch noch hier an diesem Übergang. Dort hab ich auch schon ein paar kleinere und größere Ideen. Allerdings weiß ich noch nicht so genau, ob das alles so gut funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Werden wir dann jetzt im Laufe der Folge gemeinsam, äh, herausfinden. Genau. Ich guck jetzt auch immer mal wieder, ob hier wirklich alles richtig ist. Ich hab wirklich panische Angst davor, dass wir irgendwo wieder einen Fehler einbauen. Und, naja, äh, dieser Fehler sich dann weiter durchzieht. Weil das Problem ist halt einfach wirklich, ähm, wenn man einmal einen Fehler gebaut hat, so wie jetzt in diesem Fall, dann baut man ihn durchgängig weiter. Weil man's, ja, wahrscheinlich dann erstmal nicht merkt und denkt, man hat richtig gebaut. Und man nimmt dann, äh, die vorherige Etage als Vorlage. Und wenn die vorherige Vorlage halt falsch ist, dann baut man halt jede weitere Version falsch. Und das ist halt schon ein bisschen Struggle. Aber, naja, ich denke, jetzt sollte es alles soweit klappen. Und, ähm, ja, sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Und sieht auch aus, als wären wir hier auf dem richtigen Weg. Ähm, hier sieht's jetzt auch soweit richtig aus, ja. Ähm, aber ich werde das nachher im Off nochmal überprüfen. Weil in einer Folge so Dinge zu überprüfen, finde ich ein bisschen blöd, ehrlich gesagt. Und von daher gucken wir uns das später nochmal ganz genau an. So, jetzt nochmal ein paar Askarbandsteine ins Inventar. Und jetzt müssen wir uns hier wieder die Frage stellen, wie das genau mit der Zellenaufteilung aussieht. Denn, ich glaube, warte mal, unten haben wir die letzten gebaut, ne? Ja, genau, da unten war das. Wartet mal. Dann gehe ich nochmal eine Etage runter. Weil, ich würde natürlich lieber erstmal die untere fertig kriegen, um die eben auch als, äh, ja, Vorlage wieder zu nutzen. Aber, ja, ich, wir gucken jetzt einfach mal. Wir haben jetzt hier den Gang soweit gebaut. Und, ähm, ah, das ist schwer so zu sehen. Ich glaube, es geht nur vom Besen aus, dass ich mir da mal einen Eindruck von verschaffe. Also, wir haben, genau. Ah, nee, hier ist die erste Etage, die so richtig rüber geht. Dann habe ich mich doch vertan. Okay, ähm, joa. Fragen über Fragen über Fragen über Fragen, Leute. Es ist super spannend und super interessant. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass ich trotzdem feile. Naja, ich gebe mein Bestes, ihr. Ihr wisst es, Leute. Oder, ich, äh, versuche zumindest mein Bestes zu geben. Ähm, so, jetzt müssen wir hier noch einmal dazu machen. Doppelte Wand, ihr wisst Bescheid. So, und, äh, jetzt kommt hier wieder die große, große Frage nach der, äh, nach dem Übergang hier. Aber dadurch, dass diese Ebene hier soweit richtig ist, kann man jetzt natürlich auch hier optimal weiterbauen. Wenn ich denn, ja, gut, 47 habe ich noch. Dann machen wir das doch. Ah, nein, ich habe die... Oh, come on. Jetzt habe ich hier eiskalt weggeworfen. So, ich kriege sie wieder, Leute. Wo sind sie? Hallo, kann ich euch mal... Dankeschön, sehr freundlich. Jetzt haben wir nur leider... Och, komm, ey, das ist doch nicht euer Ernst. Jetzt habe ich keinen Besen mehr am Start. Jetzt darf ich mich hier mit Erde hochbuddeln. Ach, ja, Leute. Ist doch schön. Ist doch schön, wenn man ständig irgendeinen Struggle hat. Leider darf ich den Älterstab ja noch nicht nutzen. Wir haben ja eine neue Regel eingeführt, ähm, wie ich ihn später nutzen dürfte. Aber da ich das noch aktuell nicht geschafft habe, äh, darf ich ihn halt noch nicht nutzen. Und wer sich gerade fragt, ey, Moment mal, Daniel. Welche Regel? Von was redest du da? Ja, äh, ich erinnere an den Enderdrachen. Wenn ich es schaffe, den Enderdrachen zu besiegen in, äh, LBA oder beziehungsweise auf dem Server, dann, äh, darf ich den Älterstab wohl nutzen als Prämie. Aber, joa, wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Deswegen aktuell leider, Leute, ist das noch nicht so erlaubt. So, jetzt führen wir den Winkel hier einmal weiter. Einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen. So. Und, äh, ja, hier müssen wir jetzt... Ah, ja, nochmal ein Zweier. Genau. Ja, sieht richtig aus, Leute. Sieht richtig aus. Ja, der Besen war da ein bisschen random im Weg. So, und dann nochmal, äh... Äh, 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 so einen. Genau. Und dann müssen wir... Genau, hier wieder ein Zweier. Und dann hier auch wieder ein Zweier. So. Und ja, dann belasse ich es jetzt erstmal hierbei. So, dann haben wir den Winkel hier schon mal weitergebaut. Und können uns jetzt viel leichter die Frage beantworten, wie das mit der Zelle hier aussieht. Also, die Tür bauen wir schon mal rein. Oder ich würde sagen, ich lese euch einfach mal den Kommentar erstmal vor. Weil ich habe heute auch wieder einen Kommentar am Start. Nur, ich habe ein bisschen Angst, dass wir das seitlich nicht unter einen Hut bekommen. Aber, ja, wir werden es gleich, äh, sehen, Leute. Ich bin gerade am überlegen, ob ich den jetzt schon einblenden soll. Ich struggle hier wieder in der Folge ohne Ende. Aber das ist auch der Bauaufgabe zu verschulden. Weil, naja, ich will mich nicht schon wieder vertun, Leute. Ich mag es nicht, wenn ich Aufgaben korrigieren muss. Auch wenn es manchmal nicht vermeidbar ist. Aber, ja, ich, ähm, ärgere mich dann immer auch so ein bisschen über mich. Ich selbst. Das ist sehr blöd. Aber ich glaube, die Zelle hier zum Beispiel ist direkt überflüssig. Weil wir dann keinen Weg mehr hier haben. Und der Weg muss ja weitergebaut werden. Von daher ist das hier schon mal, äh, nicht möglich. Das hier baue ich mal wieder ordentlich zu. So. Und jetzt müssen wir hier natürlich den Winkel einmal begutachten. Hier haben wir, äh, ja. Hier ist der Einer. Warte mal, wo ist der Zweier? Hier ist der Zweier. Okay, okay, okay. Also. Oh Gott, ihr... Ich bin immer wieder am strugglen, ob ihr versteht, was ich euch sagen möchte, wenn ich von Einer oder Zweierblöcken rede. Ja. Ich hoffe, ihr versteht so ungefähr, was ich damit aussagen möchte, Leute. Ähm, aber ganz sicher bin ich mir da manchmal nicht. Äh, nicht, weil ihr blöd seid. Aber weil es halt einfach total kryptisch ist. Und manchmal verstehe ich es ja selber nicht. Das ist ja das Schlimmste an der Sache. So, also. Gucken wir noch einmal gerade eben. Und dann lese ich den Kommentar vor. Also. Hier haben wir den Zweier. Dann einen... Ne, Moment mal. Da haben wir doch hier schon einen Fehler. Hier ist ein Zweier. Und da ist... Oho. Ich heule, Leute. Ich glaube... Ne, warte mal. Ist das hier ein Fehler? Äh, ich bin gerade sehr, 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 sehr doll überfragt. Ich glaube, dann orientieren wir uns lieber mal an dieser Leiste hier. Ähm, wir werden die Fehler später alle finden, Leute. Wir werden sie später alle finden und auskorrigieren. Das kann ich euch versprechen. Aktuell ist es noch ein bisschen schwieriger hier. Ist noch eine sehr schwierige Geburt. So. Äh, genau. Dann geht der Winkel da so weiter. Und jetzt müsste man hier aber trotzdem eine Grenze ziehen. Weil, naja. Wenn wir jetzt hier noch eine Zelle hinbauen, dann ist der Weg hier kein Weg mehr. Sondern dann ist das so ein ganz schmaler Gang, wo keiner mehr durchpasst. Und wenn der Cornelius Fudge dann, äh, wieder Azkaban besucht, dann passt er da gar nicht durch die Gänge. Und das soll natürlich nicht so sein. Also ich glaube, das wird auch die letzte Zelle auf dieser Seite sein. Und so werde ich das jetzt auch erstmal bauen. Ja, kommen wir mal zum Thema der heutigen Folge. Nämlich kommt dieses Thema heute von Isiah Richardson tatsächlich. Und er hat geschrieben, müssten die Gefangenen nicht so, wie Azkaban jetzt gebaut ist, im Winter alle erfrieren. Im Winter ist es in den Zellen durch den aktuellen Fenster mit den Gitterstäben dazwischen nämlich nicht allzu warm. Außer dort ist noch irgendein Zauber dagegen aktiv. Und dazu haben noch die Dementoren die ganze Zeit bei denen... Äh, was? Und dazu haben die noch Dementoren, die die ganze Zeit bei denen rumlaufen. Wobei der Logikfehler natürlich vollkommen egal ist und es trotzdem so gebaut werden sollte wie aktuell. Nur eine Spaßfrage. Ja, vielen lieben Dank Isiah für diese Spaßfrage. Und ich finde sie wirklich sehr interessant, weil im Grunde hast du ja vollkommen recht. Und ich denke, deswegen kann man die Frage auch definitiv einmal mit rannehmen. Und zwar, äh, ja, erfrieren die Gefangenen nicht in Azkaban. Weil ich meine, wir haben Sirius Black in Teil 3 gesehen, wie er da in seinem Lumpen in irgendeiner Zelle sitzt, wo einfach nur Gitterstäbe drin sind. Es ist einfach auf dem offenen Meer, wo es ja sehr, 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 sehr wahrscheinlich sehr, sehr windig ist. Und, ja, wie kann es sein, dass die Gefangenen nicht dort an einer Erkältung sterben? Oder, beziehungsweise, dass sie dort nicht erfrieren? Und, ähm, genau das möchte ich heute gerne mal mit euch so ein bisschen aufdröseln und würde euch gerne meine Theorie dazu sagen. Aber erzähle natürlich auch wieder direkt am Anfang, Leute. Meine Theorie ist da nur, äh, eine Möglichkeit. Sie basiert einfach nur auf meiner Intuition und auf meinem, auf meinem Glauben. Und von daher, äh, könnt ihr natürlich eine andere Meinung haben. Und wenn ihr eine andere Meinung dazu habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Und ich bin auch schon sehr gespannt, was ich da so zu lesen bekomme. Ja, also, ich denke schon, dass es irgendwas mit, äh, Schutzzaubern zu tun hat. Weil, naja, wir haben halt gesehen, dass, ähm, die Gefangenen keine warmen Klamotten haben. Sie haben keine wirklichen Möglichkeiten, sich vor der Kälte zu schützen. Klar, es sind Wände und so, aber wie Isaiya schon richtig geschrieben hat, ist es ja so, dass die, äh, Fenster alle nur durch Gitterstäbe abgesperrt sind und nicht durch Glas. Und selbst wenn es durch Glas wäre, könnte ich mir nicht vorstellen, dass eine unbeheizte, äh, äh, ja, gut, Burg ist es jetzt nicht, aber so ein unbeheiztes Gebäude, ähm, ja, großartig warm hält, selbst wenn es massiv gebaut wurde. Also, ich meine, wenn jetzt selbst Glas in den Scheiben da drin wäre und keine Gitterstäbe. Ähm, deswegen müsste man sich diese Frage auf jeden Fall stellen. Deswegen finde ich sie auf jeden Fall auch nicht, äh, fehl am Platz. Und würde sagen, dass ein Schutzzauber oder ein Zauber, der die Gefangenen ein wenig schützt, durchaus Sinn machen würde. Sinn machen alleine schon deswegen, weil, ähm, ja, die Gefangenen sollen natürlich nicht einfach so sterben. Sie sollen natürlich ihre Strafe absitzen. Und das ist halt nur möglich, wenn sie ihre Strafe auch irgendwo überleben. Und, äh, wir wissen ja aus Hogwarts und auch durch Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, dass es einige Schutzzauber gibt, die eben auch dafür sorgen, dass zum Beispiel eine Art künstliche oder magische, ja, magische trifft es eigentlich besser, also so eine Art magische Barriere geschaffen wird. Zum Beispiel haben wir das gesehen in Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, als, ähm, ja, das goldene Trio von den Greifern fast erwischt wurde. Und dieser Schutz dann zum Beispiel dazu geführt hat, dass man, ähm, ja, die Person nicht mehr sehen konnte innerhalb dieses Schutzzaubers. Oder dass man sie auch nicht mehr richtig hören konnte. Oder richtig riechen. Ja, also gut, riechen war, glaube ich, im Film, also es wurde gezeigt, dass ein Greifer, also Skorp, äh, Skorpius, nicht Skorpius, wie, ähm, ach, komm, Leute, ja, das ist das Geile, wenn ich in der Folge, ja, das Ganze zum ersten Mal, äh, thematisiere. Aber, ähm, ja, verdammt, wie hieß der Greifer nochmal? Nichts, ich, ja, ich denke die ganze Zeit ein Skorpus, aber das ist er ja natürlich nicht. Äh, man, wie hieß der denn nochmal? Daniel? Äh, ich komm, ihr wisst ja, was ich meine wahrscheinlich. Und ich glaube auch, dass diese ganzen Schutzzauber dazu führen könnten, dass eben, ähm, ja, so Sachen wie Kälte und so nicht mehr eine ganz so große Rolle spielen. Das ist aber eine reine Vermutung meinerseits und natürlich auch eine sehr flach gedachte Vermutung, weil, naja, durch Magie kann man halt alles erklären, aber es wäre halt, uah, ja, es wäre halt auch die einzig, äh, sinnvolle, logische Alternative, weil, ähm, dass die Kleidung sie warm hält, das, äh, schließe ich einfach mal komplett aus, äh, dass sie irgendwie eine Decke haben und sich dann irgendwie einmummeln irgendwie, kann ich mir auch nicht vorstellen, weil das haben wir auch gesehen, sie haben da so einen Lumpen und so ein Feldbett, aber mehr haben sie da auch nicht. Ähm, ja, dass Azkaban beheizt ist, davon gehe ich auf keinen Fall aus, weil Technik und so in der Wizarding World, ja, wisst ihr ja, alle Leute ist nicht unbedingt so, äh, mega krass zertreten und, äh, was könnte man sonst noch sagen? Ja, das war es ja im Grunde eigentlich, ne? Also, das sind ja die möglichen Gründe, die da sein könnten, warum sie eben nicht, äh, erfrieren, aber all diese Gründe, finde ich, machen noch weniger Sinn, als ein Schutzzauber. Naja. So, äh, jetzt kommt wieder ein Schild, oh oh, ich hoffe nicht, dass sie irgendwas brauchen, weil ich, äh, ja, genau, ich hab mir das schon fast gedacht, ich hab kein Koppel mehr, ich hab kein Koppel mehr, leider, ich hab nur noch, ja, Bemustenbruchstein und, ja gut, 21 hab ich noch, äh, leider, leider kann ich da nicht aushelfen, ich würde sagen, dass wir jetzt diese Ebene noch kurz hier fertig machen, hier haben wir jetzt einen Dreier, ja, Moment mal, hier haben wir sogar einen Vierer, hier kann irgendwas nicht mit rechten Dingen zugehen, Leute, also, wir werden sehr wahrscheinlich nochmal sehr viele Korrektur, also nicht sehr viele, aber einige Korrekturaufgaben machen müssen, weil hier hat sich irgendwo ein Fehler reingeschlichen, der gefunden werden muss, und den werden wir auf jeden Fall auch finden, die Frage ist halt nur, wann und wie schnell, aber ich denke, jetzt gleich im Off werde ich mich schon darum kümmern, weil, sonst ziehen wir diesen Fehler bis zum Ende durch, und das wäre ganz, 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 ganz fatal, so, ähm, ja, ich würde sagen, ähm, ich kümmere mich dann wenigstens hier nochmal, oder, oder, macht es Sinn, sich vielleicht nochmal vor Augen zu führen, ob hier eventuell Fehler mit drin sind, ich gucke jetzt gerade mal, hier wäre jetzt ein einzelner, naja, ich habe jetzt nur 21 Cobblestones, die kann ich auch nochmal eben verbrauchen, dann war es das aber leider auch mit meinem Vorkommen, naja, so, da haben wir den Einer, genau, und dann käme ein Zweier, also theoretisch nochmal einen so nach vorne, genau, also das hier wäre so der Abschlussstein, der gesetzt werden muss, aber sonst, ach man Leute, es ärgert mich, ich will wissen, wo dieser Fehler liegt, irgendwo ist hier ein Fehler, ich zeige euch auch sofort, wo der Fehler liegt, ähm, weil, normalerweise gibt es ja immer diesen, ganz normalen Übergang, mit diesem Rhythmus, den ich ja auch schon seit, äh, äh, Anfang an benutze, hier haben wir jetzt einen Dreier, ist richtig, dann der Einzelne, dann ein Dreier, dann ein Einzelner, ist auch richtig, dann haben wir jetzt hier den Zweier, ist auch richtig, nee, warte mal, nee, das ist auch ein Dreier, sorry, also, dann müsste jetzt aber der Zweier kommen, und ja, hier kommt auch der Zweier, allerdings müsste jetzt hier wieder ein Dreier kommen, hier kommt aber kein Dreier, hier kommt wieder ein Zweier, und genau da liegt der Fehler, soweit ich das, aaaaaaah, da hat glaube ich etwa jemand hier, äh, Moment mal, aber hier ist das auch soweit, oh, aber das müsste eigentlich so sein, weil dann wäre es wieder richtig, dann hätten wir nämlich hier jetzt einen, äh, Dreier, dann hätten wir hier auch wieder ein Dreier, und dann hätten wir, ja, dann wäre es aber trotzdem wieder richtig, hab ich jetzt einen Denkfehler, ich hab noch ein bisschen Wolli hier, das ist im, äh, Creative Mode gebaut worden, Leute, deswegen, wir werden es nachher wieder wegwerfen, aber ich mach mir mal kurz eine Markierung dahin, damit ich mir das merken kann, und ja, äh, an mein Bauteam gerichtet, also falls ihr die Folge nachher schaut, ich hab halt gesehen, dass ihr Koppelmangel habt, aber ich kann euch leider nicht aushelfen, und mich jetzt darum zu bemühen, würde die Folge extrem langweilig machen, weshalb, äh, ja, ich hoffe, ihr findet noch irgendwelche sinnvollen Aufgaben, und wenn es auch nur ist, dass ihr das kurz abcheckt, ob alles schon soweit stimmt, aber, ja, es ist auch kein Beinbruch, wir kriegen das schon irgendwie hin hier, so, also, jetzt wäre es, wie gesagt, richtig, und, ähm, ja, hier müsste jetzt auch, wie gesagt, das Mäuerchen weitergebaut werden, könnte ich jetzt eigentlich auch mal machen, wenn es denn soweit richtig ist, das weiß ich halt so nicht genau, so, zack, na, da macht das auch irgendwo keinen Sinn, eigentlich könnten wir, das Ding hier auch abbauen, dass es hier etwas gerader ist, weil, also, es wäre richtig, wenn da jetzt nur ein Stein käme, aber, ganz ehrlich, Leute, ist es sehr, wobei, so sieht es auch ziemlich bescheuert aus, nee, Leute, dann nehmen wir diese komische Nase hier weg, weil dann können wir die Mauern etwas besser miteinander verbinden, dann sieht das ein bisschen sinnvoller aus, und der Weg ist trotzdem breit genug, so, und nebenbei gucke ich auch immer, ob das soweit richtig ist, und ja, das sieht alles soweit richtig aus, oh je, oh je, ich bin echt verzweifelt ein bisschen, ich habe echt diese, also diese Winkel, man muss richtig krass darüber nachdenken, und, ähm, das macht die ganze Sache auch enorm unangenehm, weil man teilweise halt am Nachdenken ist, und dann, ja, äh, kriegt man halt nichts anderes mehr im Kopf zusammen, so geht es mir zumindest, aber gut, ich bin auch selten dämlich, äh, wo ist meine Fernseh, ach da, warte, mein Fernseher will ausgehen, aber nicht mit mir Fernseher, bleibt bitte an, dankeschön, so, ähm, ja, die Mauer ist hier jetzt soweit gesetzt, hier haben wir jetzt den Übergang, und hier haben wir jetzt eine etwas größere Fläche, aber das finde ich ehrlich gesagt auch ziemlich nice und schön, und hier damit auch die letzte Zelle, das Ding ist jetzt an dieser Zelle hier nur, jetzt guckt mal Leute, wir haben keine Möglichkeit, ein richtiges Henster reinzusetzen, ja, weil, ne, es gibt kein, keine Möglichkeit nach draußen zu gucken, ist die Frage, ob das schlimm ist oder so, aber, ja, vielleicht nehme ich die Zelle auch irgendwie weg, dass wir da nochmal ein bisschen, äh, Freiraum schaffen, dann haben wir hier in der Ecke halt noch ein bisschen mehr Platz, aber das können wir auch gerne später entscheiden, hier kommt das nächste Fenster, ah, und das Fenster liegt genau da auf der Ecke, ja, okay, dann können wir hier leider auch kein richtiges Fenster reinbauen, müssen wir uns also auch nochmal die Frage stellen, wie wir das hier verwandeln und umbauen, ja, da ist ein Fenster drin, alles klar, aber die beiden Zellen hier sind noch ein bisschen komplizierter, da müssen wir in Zukunft nochmal überlegen, wie sieht es jetzt hier oben aus, da könnten wir theoretisch ein bisschen weiterbauen, macht jetzt aber auch gerade nicht so viel Sinn, ne, Leute, dann würde ich sagen, belassen wir es erstmal dabei, ich will die Folge auch nicht künstlich in die Länge ziehen, nur weil, ja, weil sie noch nicht lang genug ist, äh, wir haben jetzt immerhin schon einiges geschafft, allerdings hat sich da eventuell noch ein Fehler reingeschlichen, und die Frage ist jetzt, finden wir diesen Fehler schnell genug, oder wie über, ja, oder, ne, ist das überhaupt ein Fehler, und wie groß ist der Fehler, allerdings sind das alles Fragen, die wir ihm oft beantworten müssen, weil wir da Zeit und Ruhe haben, äh, das Ganze hier einmal abzugleichen, und die Fehler zu finden, und von daher, Leute, Dankeschön fürs Zuschauen, ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen, und ich hoffe sehr, dass euch der aktuelle Fortschritt gefällt, es ist eine schwierige Geburt, ja, auf jeden Fall, aber das, äh, war ja im Grunde eigentlich auch klar bei Azkaban, weil wir halt ein, ja, sehr geometrisches Gebäude, sowohl innen, als auch außen bauen müssen, und das ist natürlich immer mit ein paar Komplikationen verbunden, aber ich denke, wir schlagen uns ganz gut, und die, äh, ja, kleineren bis mittleren Rückschläge, die wir teilweise haben, sind ja auch irgendwo der steinige Weg, der es uns irgendwo am Ende dann auch, ja, als besondere Ehrung, äh, darstellt, also wir, es ist ja eine besondere Ehrung, wenn wir das so, äh, schaffen, wie wir es jetzt gerade schaffen, auch wenn wir die ganze Zeit ein paar Steine in den Weg gelegt bekommen, von diesen ganzen Winkeln und so, aber, toi, 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 Leute, Daumen sind gedrückt, wir schaffen das schon, und von daher hoffe ich, die Folge hat euch gefallen, ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, sehr doll auch über ein neues Abo auf meinem Logo, und, äh, damit sehen wir uns wieder am Samstag beim LBA Livestream, und dort werden wir dann diese ganzen Fehler hoffentlich auch, nein, sehr wahrscheinlich auch korrigiert haben, beziehungsweise mit Wolle wieder vorgebaut haben, dass wir sie direkt korrigieren können, und, ja, deswegen, Leute, bis Samstag, ansonsten natürlich auch bis morgen, zu einem neuen, äh, Video, oder heute Abend kommt natürlich auch ein LBH-Stream, dort werden wir allerdings an Hogwarts bauen, aber das wisst ihr ja, denke ich, mittlerweile, habt einen schönen Tag, ich wünsche euch alles Gute, und bis dann, tschau zusammen! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann!